. Jetzt, weiter geht es hier bei Perl TV mit unserem Marcell-Gesügel. Mit unserem Coolen-Solardynamo- Arabier-Radio. Sie haben genau richtig gehört, das hat richtig viele Funktionen um den Stromn Cell zu bekommen. Und das finde ich richtig cool, gerade auch, wenn man jetzt vielleicht am Baggersee mal liegt oder generell im Campingbereich, aber auch so für den Garten, für den Balkon oder auch mal für drin, das ist super. Ja, du brauchst dich um überhaupt nichts zu kümmern mit dem Strom hier, weil das versorgt sich selber mit Strom hier über dieses kleine Solarpanel drauf. Es hat einen Akku drin, das heißt also abends ist der ganze Strom, den sie tagsüber eingefangen haben, hier auch verfügbar. Ja, und wenn das dann tatsächlich mal auch nicht mehr reichen sollte, haben wir hier auf der Rückseite, das ist ganz cool gemacht hier, im Gehäuse integriert, eine Kurbel, mit der ich mich dann tatsächlich wieder mit Musik versorgen kann. Mit einer Minute kurbeln kriegst du dann wieder so, ja, fast zehn Minuten neue Musik und das ist nicht sehr anstrengend. Es macht wirklich, es macht geradezu Spaß, sich hier mit Strom zu versorgen. So viele Funktionen, natürlich ein Radio, wir lieben alle Musik, alles geht besser mit Musik und hier hat man ein Radio, auf das man sich immer verlassen kann. Auch mal im Falle eines Stromausfalls oder eines Notfalls, schauen Sie mal, wir haben hier sogar noch Licht dran, einen richtig fetten Scheinwerfer haben wir dran. Und, was ich auch sehr, sehr cool finde, wenn man mal Hilfe braucht, dann drückt man hier oben länger drauf, dann geht gleich eine Sirene los. Und dieses Beeindrucken, aus so einem kleinen Gerät kommt das alles raus, unglaublich hier. Also ein ganz, ganz tolles Radio, auf das Sie sich immer verlassen sollen. Man sagt ja wirklich auch, dass man zu Hause immer auch so ein Kurbelradio haben sollte für einen Notfall. Das hier ist so klein und handlich und knuffig, das kann man überall hin mitnehmen, mal in die Werkstatt stellen, in die Küche, ins Badezimmer. Mit Musik geht alles besser, man will ja auch informiert sein. Hörst du viel Radio, Muni? Auf jeden Fall, weil ich finde das immer super interessant, eben dann noch mit Nachrichten, dann auch noch Verkehrsmeldungen und so weiter. Und man kriegt natürlich auch mal andere Songs, die man sonst vielleicht nicht hört. Also finde ich schon super, gerade jetzt auch draußen und hiermit ist es ja wirklich praktisch, weil man es einfach mit rausnehmen kann. Vielleicht auch mal bei der Gartenarbeit, wenn man irgendwie einen Hobbyraum hat, dann kann man es ja auch super mit da hinnehmen, weil ich finde, das sieht auch echt robust aus. Also das ist wirklich hervorragend, hat auch noch eine perfekte Handschlaufe. Und mir gefällt es eben mit dem Solarpanel, entweder wird es dann wieder aufgeladen oder eben hier mit dieser Kurbel. Es ist noch eine Funktion, die dir besonders gefallen wird. Hier auf der Seite haben wir nämlich tatsächlich noch einen USB-Steckplatz. Ach was! Du kannst das sogar als Powerbank benutzen. Und wenn du das geladen hast, also einfach in der Sonne liegen lässt oder kurbelst, hast du hier bis zu 1200 Milliamperestunden. Das reicht für ein normales Handy, ich sag mal locker mal nochmal 15, 20 Stunden extra Energie, die man hier haben kann. Wie war das letzte Woche? Da kamst du bei uns in die Gardero und sagst, habt ihr mein USB-Netzteil, mein Handy ist unter? Wie viel Prozent war das? 70. 70! Das ist schlimm. Hier kann man sich eben auch noch mit Strom versorgen. Also ein wirklich tolles Produkt hier, was wir jetzt im Sommersale haben zu einem nie dagewesenen Preis. Ja, und wir haben wirklich einen richtig guten Preis, aber wir schauen natürlich erstmal uns den regulären Preis an bei Pearl.de. Und hier sehen wir, wir wären in der Premium-Serie bei 27 Euro. Finde ich auch schon spitze. Premium-Serie bedeutet am meisten bestellt und am besten bewertet. Also richtig zufrieden sind hier die Kunden. Aber Sie bestellen jetzt hier für 16,99 Euro. Und da muss ich doch hier echt mal lange draufdrücken. Alarm, Alarm! Sie sollten direkt hier bestellen, weil ich glaube, das braucht wirklich jeder. Radiohören möchte man gerne überall, gerade auch draußen finde ich das jetzt so praktisch, dass man eben keine Steckdose braucht. Man kann sein Handy auch noch hier aufladen, wenn das mal irgendwie vielleicht leer gehen sollte. Und das ist einfach richtig cool. Ein richtig tolles Radio, was Sie jetzt im Sommersale-Preis bekommen können. Mit Kurbel, mit Solar, mit extra Powerbank-Funktion, mit dieser unglaublich coolen Alarm-Funktion. Ich weck Sie noch mal auf hier mit dem Alarm. Der Alarm sagt Ihnen jetzt anrufen. Dieses Radio bestellen, Sie machen alles richtig damit. Dann haben Sie einen ständigen Begleiter, passt auch mal in die Handtasche, in die Laptop-Tasche. Kann man überall hin mitnehmen. Und das heute zum Sommersale-Preis. Ein Preis, den wir noch nie hatten, den wir so schnell auch nicht wieder haben werden. Das ist Ihre Gelegenheit. Ran ans Telefon. Der Alarm sagt Ihnen dann, Sie machen alles richtig, 어, nicht immer wie wird gramadisch. Was display in heute mit dem Haus. Das ist sogarerne, was soll jetzt mal ein sejauchig machen LETTEN. Und das ist doch ein� Epic. Das ist gut.